diesmal müssen wir ja freitag gegen hannover ran auswärts wird es schwierig schafft man das oder ist es vielleicht gar nicht so schlimm schauen wir mal halli hallöchen willkommen bei hertha geek freunde willkommen zu meinen mittwoch news ja freitag wie eben schon erwähnt geht es nach hannover und ich werde jetzt in diesem video sagen ob das schwierig wird oder auch nicht erstmal sieht es schwierig aus vierter platz und so haben die hannoveraner inne aber wie sieht es hinterm vorgang aus was sagt die statistik gleich viel mehr ich lüfte alles hier ja und dann wissen wir es ob man oder nach hannover fährt ja vorab willkommen neue abonnenten hier bei hertha geek in der community seid gegrüßt es sind schon wieder einige dazu gekommen und es lohnt sich ja auch denn freitag nach dem spiel gibt es ja meine highlights meine analyse und wenn man diesen kanal abonniert hat verpasst man das auch nicht das ist schon mal ein grund dafür ja also weitermachen okidoki ich gehe jetzt mal hier richtig rein ich fühle mich eigentlich super wohl ich hatte in einem anderen video ja gesagt da da ging es um diese 27 punkte ja diese leidigen die man ja haben will vor der winterpause und da habe ich ja alle mannschaften aufgezählt die dann noch kommen ja hannover jetzt ja elversberg dann kaiserslautern betzeberg und dann haben wir zum schluss osnabrück was ja sehr schön ist aber und da habe ich auch gesagt naja hannover brett weil ich mich auch vielleicht ein bisschen beeinflusst habe wegen dem vierten platz und so ja und die letzten spiele aber ich habe jetzt hinter den vorhang geschaut freunde und jetzt sieht das schon ein bisschen anders aus ich bin eigentlich glücklich fangen wir mal an hannover 96 ja kennen wir ja war ja war ja war ja war ja auch immer eine truppe die in der ersten bundesliga lange gekickt hat hat einen großen namen und auch ein großes stadion muss ich sagen heinz von heiden arena ja mit 49.000 plätzen kapazität also das ist schon eigentlich erst liga ja erste bundesliga stadion wissen wir ja alle für die zweite liga schon richtig mächtig und ich hoffe dass wir da auch mit einer großen härter truppe anreisen ja also das weiß ich jetzt noch nicht genau aber ich rechne schon mit weil es hieß ja auch im vorfeld alle nach hannover alle nach hannover also ich bin gespannt die pk gibt es heute im laufe des tages und da wird es ja verkündet da wird schon einiges passieren ja da da wird ein geiler härter support sein also wenn hier noch veraner zu gucken wir sind da wir machen alarm rabatt und stehen wir voll hinter unserer mannschaft so hannover prognose vor der saison also sie haben ja in der letzten saison etwas enttäuscht in der defensive sah es nicht so geil aus 55 gegentore freunde nur fünf teams waren schlechter das sollte sich nicht wiederholen ich denke mal dass sich hannover gut verbessert es wurde ausgedünnt auch eine offensive aber da wurde auch was getan ja da hat man am rädchen gedreht und letztendlich hat man dann vor der saison gesagt wenn das irgendwie alles passt traut man hannover auf jeden fall ein platz im ersten drittel zum ende saison zu also da hat man noch nicht so mit aufstieg und so aber das macht man ja sowieso nicht man weiß ja nicht was passiert aber man hat schon gesagt ja wenn das irgendwie alles so hinhaut die haben schon dann könnt ihr auch um mit kicken und naja momentan platz vier geht ja irgendwie auf ich hatte es ja schon gesagt platz vier 22 punkte haben die jungs sechs siege vier unentschieden und drei niederlagen ist schon nice aber jetzt auch gar nicht so viel cooler als wir da stehen einzige sie haben mehr unentschieden und wir haben leider viel verloren das ist das problem aber ich glaube von siegen haben sie nur ein sieg mehr die meisten tore hört hört 26 zusammen mit dem hsv zweitbeste torverhältnis nach san pauli aber auch geschuldet jetzt kömmts freunde geschuldet dem vorfall dass sie 7 0 gegen osnabrück gewonnen haben naja das war ja eine mega klatsche da wurde abgeräumt und diese 7 0 die verzerren das natürlich ein bisschen ja wenn er so ein spiel noch in einer recht jungen saison dann ist klar dass dann das torverhältnis hoch zieht und deswegen stehen die da auch so wie sie da stehen muss man nun mal auch sagen fern ist halber dann warte mal ich mach mal den zettel jeder labert immer da komme ich nämlich gleich noch zu nämlich ein extra zettel freunde wow ja zum sturm also 15 tore 15 tore haben die bis jetzt gemacht ja naja ist ganz nice aber ihr knipser täuscht hat wo ich dachte wow alter acht tore eine bank da vorne acht tore aber aber sechs davon sind elfmeter das ist der elferkönig freunde wir haben ihn hannover hat den elfmeter könig ja es sind sowieso die elfmeter meister hannover die truppe ja sind die elfmeter meister und der nielsen vorne ich erwähne ihn auch noch mal hat vier reingemacht na gut bei uns priviliac auch vier reese auch vier fluppe 9 also wir brauchen uns nicht verstecken ja ich war erst so ein bisschen von dem täuscher dachte ich auch acht tore ist es hier fluppe 2.0 knapp in der fluppe aber leute okay ich meine wenn er zum elfer anläuft dann ist das ding drin aber er hat nicht alle geschossen hat der sechs ich glaube heilsberg hat glaube ich die restlichen soweit ich so ein bisschen informiert bin bitte klatscht mir keine wenn das nicht so stimmen sollte ja das ist schon mal sehr interessant gewesen das verzerrt mich so ein bisschen einiges ich werde ja gleich noch mal zu der statistik ausführlich kommen von beiden teams hannover hat erfahrene bundesliga spieler in den reihen ja die haben den vogelsamer der ist ja auch schon und gut unterwegs gewesen erste bundesliga erfahrung und natürlich heilsberg ja nationalspieler und natürlich eine bank bei rb leipzig gewesen lange ja ostermann heilsberg also das war ja so eine achse hinten und das jetzt schon ja ich glaube über 30 und der ist jetzt nach hannover rüber ich weiß nicht freunde ich habe nämlich so ein foto gesehen wo er ein hat von hannover 96 oder sieht er sehr jung aus vielleicht kommt er ja auch daher also wenn einer aus hannover hier zuguckt in die kommis schreiben ja da kommt er ja vielleicht hat er ja so seine geburtstunde hannover gehabt ja seine fußballerische geburtstunde und kehrt zurück i don't know also das erzieht sich meiner kenntnis momentan aber jedenfalls ist heilsberg dabei und er hat schon drei tore geschossen ja für einen abwehrspieler nicht schlecht also eine bank da hinten vogelsamer erst ein tor ich glaube vogelsamer weiß ich nicht war der nicht bei union auch gewesen ich glaube mal dann habe ich bei paderborn oder ich verwechsel den das wäre jetzt sehr peinlich aber jedenfalls auch einer kräftiger stoßstürmer ich weiß nicht ob er von vornherein spielt da sind glaube ich erst mal andere gesetzt ja und teuchert nielsen da waren noch die anderen spieler da ist nicht im kopf auch irgendwas mit tee und so also da sind also hannover hat auf jeden fall einen quick lebendigen sturm weil elf meter hin oder her aber das bedeutet auch dass sie sich im 16 aufhalten freunde ja also eine mannschaft die nur defensiv spielt die kommt erst gar nicht nach vorne und die zieht da auch nichts ran und kriegt auch keine elfer also das bedeutet schon dass die stürmerisch gut drauf sind und irgendwie hinkriegen elf meter zu zu generieren ja und köln zu überlisten na ich weiß es ja nicht ich habe die nicht alle gesehen ich habe die ja immer nur im zusammenschnitt gesehen wie sie reingeballert wurden und da ist ja täuscht hat ist da aber wie richtig entstanden sind ein und so jetzt kommen wir zur statistik freunde statistik ich laber mal ein denn es gibt eigentlich nur einen punkt wo hannover besser ist ist 51 prozent ball besitzt ist platz sechs das ist eine gute quote für die zweite bundesliga da liegen wir knapp drunter ich glaube wir haben 46 oder so und aber ansonsten wo ich dachte jetzt wird hier aber die zahlen ja feuerwerk und die zeigen genau auf warum sie auch vierter sind und wir vielleicht ein bisschen respekt haben müssen ja aber nö kein wert starrt da groß raus und hertha war eigentlich fast in allen belangen besser also wir sind echt in allen belangen fast besser und naja bis auf diesen elf meter also ich blende das jetzt mal ein ja diese statistik werte und wenn man so sieht erst mal die von hannover und die ja schon auch ganz ordentlich sind und man sieht ja auch die acht tore und blablabli und blablub ball besitzt ja ja aber dann man zu hertha rüber kommt die statistik von uns da habe ich eingekreist wo wir einfach geiler sind und das ist ja wirklich eine ganze menge freunde eine ganze menge eine ganze menge ja das ist halt auch statistisch klar und statistik ist halt statistik es ist ja auch immer tagesform und wer kann spielen wer kann ich spielen und so weiter aber man braucht ja irgendwie auch einen anhaltspunkt man muss sich ja auch irgendwas ranziehen und da gibt es halt die statistik werte und freunde da sehen wir gar nicht schlecht aus ja und deswegen an dieser stelle noch mal mit breiter brust nach hannover auch wenn die grad vierter sind aber das hat sich eben auch so muss man ehrlich sagen entwickelt denn eben halt diese angesprochenen elfmeter ich weiß ich beiß mich da ein bisschen fest aber es ist halt so weil hannover ja die nummer eins ist ja und nur mit acht elfmetern haben die immerhin es hingekriegt zwei knappe siege für sich zu entscheiden durch elfmeter einmal gegen magdeburg in 2 1 und gegen rostock auswärts in 1 2 das war durch den elfmeter dann geschuldet aber dreier dreier also dadurch auch gesiegt aber auch die unentschieden zwei ja gegen nürnberg 2 2 elversberg 2 2 wurden auch durch elfmeter entschieden zu ihren gunsten da konnten sie den punkt dann festhalten das macht unterm strich acht punkte dank elfmeter wenn man das so liest ist es doch sehr interessant ne also das soll jetzt nicht heißen da haben wir überhaupt keine probleme erstens weiß man nicht ob wir nicht auch elfmeter verursachen oder zwei ja wenn die so clever sind und gut spielen und sehr stürmerisch da tätig sind und aktiv viel bewegen vorne sehr flexibel miteinander eingespielt aber ich will damit nur aufzeigen dass sie jetzt keine übermannschaft sind die spielerisch gerade aus dem mittelfeld ein überrennen nö da sind wir ja mit unseren werten eigentlich besser ja also das soll schon mal mut machen auf jeden fall das ist jetzt kein wert von die haben nicht die werte von St. Pauli HSV Düsseldorf ja das sind ganz andere werte sogar Kiel glaube ich auch besser ach Paderborn auch besser ja also es sind so und deswegen ja muss man da auch mal klar sehen dass alles eigentlich gar nicht so schlecht aussieht und schick ist Freunde ja gut man könnte sagen ja die haben elfmeter härter und so was war denn dann Kiel ja wir haben in Kiel auch durch den Elfmeter den Sieg festgehalten und im Pokal gegen Mainz ja da das war aber Pokal das war jetzt nicht hier Liga und so ja da haben wir glaube ich zwei Elfmeter haben wir da bekommen und hat trotzdem noch ein reguläres Tor geschossen und da waren wir einfach auch besser ja da waren wir spielerisch viel besser und ja okay ich komme zu meinem Fazit wenn man überlegt dass Hertha in fast allen statistischen Werten teils echt weit vorne liegt und Hannover teils muss man sagen teils ja nur durch Elfmeter wichtige Spiele entscheiden konnte wo auch jetzt die Dominanz nicht unbedingt da war ja also Magdeburg erwähne ich jetzt und Rostock also Rostock war gut dran ja und Magdeburg war auch nicht schlecht muss man sich auswärts nicht verstecken auf keinen Fall und man ist gleichwertig auf jeden Fall und ich sag mal ein Unentschieden müsste auch auf jeden Fall drin sein vielleicht sogar noch mehr ja also volle Kraft voraus wir brauchen uns echt nicht ängstigen sowas von albern wie ängstigen gegen keinen Gegner weil wir einfach härter sind und härter ist einfach härter wir sind härter härter ist härter das wissen wir alle ja nein okay alles schick ich freue mich riesig Freitag diesmal auch das Spiel 18.30 Uhr glaube ich und ja und dann sehen wir weiter und wie eingangs erwähnt danach natürlich mein Video logisch Highlights Analyse wie immer Freunde in diesem Sinne bleibt gesund bleibt sportlich bis denne ciao aber unft Musik Musik Vielen Dank.